Ja, liebe YouTube-Freunde, ich glaube, die Anne hat am Flohmarkt gehandelt und die das Condor-Velo gekauft. Haben wir wieder ein Velo mehr? Können wir doch mal zusammen rausfahren? Ja, und nach dem Flohmarkt habe ich noch meine BMW noch ein bisschen durch die wenigen Berge nach Matiswil bewegt. Ein Cola getrunken und wieder nach Hause gefahren und dann kam schon der Montag. Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft, aber wir bauen heute den Montag, der 10. Juni, wie es ist. Da wird gesaugt. Da wird der Sand aus der Wohnung rausgesaugt. Wir gehen jetzt schnell mal reinschauen. Das geht, oder? Das geht, ja. Das ist ein grosser Stolzucker. Ja, das ist ein grosser Stolzucker. Ja, ein grosser Sand. Ja, das wird auch noch weit kommen. Ja, das geht auch noch weit, aber. Ja, das ist gut. Die Wohnung ist noch eine große Baustelle und Simon wohnt schon da. Sie haben mit Plastik abgetrennt, damit der Staub nicht alles in die ganze Wohnung reingeht. Hier auch. So, Stefan. Du bist froh, sie haben sie abgestellt. Hier ist der Sand bis auf die Wölbung raus. Kellerwölbung. Hier geht so runter und da geht es auch noch runter. Hier 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 ist der Stresswasser geliefert. Und die Böden sind kommend rum. Hier haben die Laufglockbohle. Hier geht es auch draussen. Hier wird zwischengelagert. Hier geht es unten in der Bühne. Und ich starte mit Spritzen und ich werde die Spritze reinigen mit diesem Mittel All-Colier-Extra, 1,5 Liter.